Entschuldigung, ich bin nicht so der Rhetoriker, aber weil der junge Herr vor mir von den Demonstrationen gesprochen hat, habe ich mir gedacht, eine schöne Nachricht aus Griechenland, und zwar aus Kreta, wo wir gerade zwei Wochen im Meer waren, das war total super, das ist aber nicht die gute Nachricht, sondern so eine schöne Szene in Heraklion, in der Hauptstadt von Kreta, und zwar haben wir dort eine Critical Mass gesehen, und das ist in dieser wirklich sehr autodominierten Landschaft dort ein super schönes Bild, also das waren so zehn Radeln, die da irgendwie durch die Altstadt von Heraklion gezogen sind, und so eindeutig eine Critical Mass, weil die Autos dahinter grantig waren, und ja, ich finde das schön, also das sind die kleinen Sachen, die mir Freude machen, auch wenn es 50.000 irgendwo demonstrieren ist, auch super, aber so eine kleine Critical Mass in Heraklion. So wie wir da heute. So, genau, so schön wie wir hier. Danke. 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 Danke.